Die Chemieverbände Rheinland-Pfalz hatten auf ihrer Jahrespressekonferenz in Lüthigshafen keine guten Nachrichten. In den ersten acht Monaten des Jahres 2015 ging der Umsatz um 4,2 Prozent zurück, der Export sogar um 7 Prozent. Und der Trend bei den Quartalszahlen ist rückläufig. Natürlich spielt der Ölpreis eine Rolle, aber nicht nur. Wir verkaufen auch deutlich weniger. Primär rührt das Minus aus dem Auslandsumsatz her. Einzige Ausnahmen, die Bereiche Kunststoff und Kautschuk und insbesondere die Pharmaindustrie. Dort stieg der Umsatz in den ersten acht Monaten um 18,1 Prozent. Trotzdem, der Vorsitzende der Chemieverbände, Harald Schaub, bemängelte, dass die Rahmenbedingungen für eine wettbewerbsfähige Produktion in Deutschland immer schlechter würden. Zeitarbeit, Werkverträge, EEG-Umlage, Emissionshandel, Erbschaftssteuer, Entgeltgleichheit oder Rentenpolitik. Das alles Schwäche, die Unternehmen. Da gibt es viele Dinge, die dem Unternehmer und den Unternehmern das Freiewirtschaften schwer machen. Gesetze sollen lenken, sollen unterstützen. In Deutschland haben wir den Eindruck, sie schränken uns ein. Und das ist schade. In Rheinland-Pfalz setzt man noch eins obendrauf mit dem Transparenzgesetz. Das wird gerade für die Mittelständler schwer sein, denn das bedeutet mehr Kosten und wesentlich mehr Bürokratie und schränkt damit ein. Schaub befürchtet eine schleichende Aufgabe vieler Produktionsstandorte, die nur schwer wieder wettzumachen ist. Eine Lösung? Ein innovationsfreundlicheres Klima schaffen. Aber auch selbst in der Chemieindustrie einen Kulturwandel herbeiführen, der es einfacher macht, Neues auszuprobieren. Wir müssen einerseits in unserem Unternehmen auch vor unsere eigenen Haustüre kehren. Wir müssen selber uns mehr Freiräume schaffen, auch freier denken, im Sinne auch, dass wir mit Scheitern besser umgehen. Es klappt nicht immer alles. Nicht jede Idee kommt zum Erfolg. Da müssen wir auch mit umgehen lernen. Das ist in Amerika viel besser. Wir haben aber auch Rahmenbedingungen, die uns behindern. Ein weiteres Problem. Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, das am Gymnasium kein eigenes Fach Wirtschaft anbietet. Und das muss sich ändern, fordert Harald Schaub. Er verlangt die Einführung des verpflichtenden Schulfaches Wirtschaft ab der achten Klasse. Wirtschaften ist einfach gehört zur Natur des Menschen dazu. Und je früher wir uns damit befassen, desto besser. Die Schulen sollen auf der einen Seite vorbereiten für die Berufswahl, auf der anderen Seite ihren Beitrag leisten für einen mündigen Wirtschaftsbürger. Ein Schüler darf mit 18 wählen und dann muss er die Politiker wählen, die letztlich auch die Wirtschaft, den Wohlstand in unserem Land mit beeinflussen. Darauf sollte er gut vorbereitet sein. Die Schulen Untertitelung des ZDF, 2020